Voll Respekt für Toni. Wieder eine kläbe Entscheidung, immer in seiner Karriere und zu beenden in dem hocksten Moment. Für mich ist der große Respekt. Er hat die Chance, das letzte Spiel mit Madrid in der Champions League Finale und danach mit der nationalen Mannschaft. Jona will, er genießt dieses letzte Spiel, aber es ist ein Spieler, der wichtigste Generation für die letzten zehn Tage, immer in dem hocksten Niveau, Hochklass. Ich habe mit ihm einige gespielt, aber viele Mal gegen ihn und er war Weltklassspieler.